Ich brauche mal als erstes eine Rhythmusgruppe, und zwar der ganze Saal natürlich. Zwei brauchen wir diesen Rhythmus. 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 Hey, 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 ach, bald in Nacht. Hey, 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 ach, bald in Nacht. Da, 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 wow. Jetzt müsst ihr aber eigentlich noch das schönste Kostüm prämieren, oder Chef? Ja, ja, klar. Wobei ich frage mich, was ihr Kostüm mit dem Dschungel zu tun hat. Ist doch ganz einfach. Grauer Panther. Ja, Amy, fällt da unsere Party? Ist echt super hier. Und die Firma fällt da auch? So, klar. Schade nur, dass mein Vater das nicht miterlegen kann. Ja, wie ist denn jetzt dein Vater? Das kann ja jetzt wohl jeder erraten.